Wenn das alles vorbei ist, ist die Zeit gekommen, sich niederzulassen, wissen Sie? Sich verlieben, deine Familie gründen. Verlieben? Sie? Warum nicht? Glauben Sie, ich weiß nicht, was Liebe ist? Sie werden es mir sicher gleich sagen. Ich werde es Ihnen sagen. Liebe ist das Größte, aber viel Arbeit. Sie erfordern Wunderung, Engabe, Anziehung. Tja, und Respekt. Grease, das ist ja fast schon tiefsinnig. Naja, das kommt mit der Erfahrung. Wer so gut aussieht wie ich, bricht immer ein paar Herzen. Sicher. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Wow. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracker. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay? Okay. Okay. Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kaschiges, beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben. Das war echt knapp, Kleiner. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillia-Kämpfer. Wookies und Außenwälder überfallen ein paar Jahren Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Taful ist vielleicht bei ihnen. Taful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben. So wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracker Kampfläufer verschrottet. Ich kapere ein. Der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie, was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefall. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Teil des Plans. Wenn du noch übrigen willst, dann tust du am besten jetzt ein Kleiner. Bereits zu schwimmen, bitte? Ja. Geh nicht auf es. B턴 ist Assist. Alter, auf geht es. ah Oh Wie kommen wir jetzt oben drauf? Okay, wohin jetzt? Okay, jetzt geht es kurz. Okay, jetzt geht es mal. Okay, jetzt geht es weiter. Okay, jetzt geht es wieder. Okay, jetzt geht es weiter. Es ist das Wichtigste. Geh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kannst du den abschalten? Ergeben Sie sich, sonst... Besser. Ich geh besser. Das sind viele Laser. Was ist das? Was ist das? Wunderbar. 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 Wunderbar! 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 Hey! Wer bist du? Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut verstanden. Machen wir sie noch wütender. Das ist der Landeplatz. Es kommen immer mehr. Machen wir sie noch. Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Castus. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich such jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Also, wen suchst du hier? Ein Wookie-Häuptling namens Taful. Taful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist DER Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookie-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Sia, Rhys, das ist Zor. Und, wie geht's? Was willst du von Taful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookiees als Sklaven. Es heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerilla-Kämpfer sein. Ich sollte Ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Taful finden kann. Das wär möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot. Aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenant und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los. Schön, euch zu sehen. Ja, ich freu mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Zor folgen? Was haltet ihr von Zors Plan? Er steht auf verlorenen Posten. Die Freiheit der Wookiees ist bestimmt nicht sein einziges Ziel. Er wirkt vertrauenswürdig. Vielleicht ist er das auch. Aber hier geht es um mehr, als wir wissen. Und vergiss nicht, dass das Imperium unfair kämpft. Pass in der Raffinerie gut auf dich auf, Junge. Danke. Ich werde daran denken. Zor hofft wohl darauf, in der Raffinerie Neues über Tafel zu erfahren. Es kam heute Morgen rein, dass er in den Schattenlanden gesehen wurde. Angeblich in der Nähe eines Wookie-Dorfs, laut imperialen Funkspruchs. Dabei gibt es davon in dem Gebiet Hunderte. Sturmtruppen. Sie ist nicht in der Verfassung zu kämpfen. Du hast recht. Wir haben keine Zeit. Bleib stark, bis wir wieder da sind. Das ist nicht in der Verfassung. Das ist nicht in der Verfassung. Das ist nicht in der Verfassung. hier drüben Im Kampfläufer könnten Vorräte sein. Bist du okay? Ich? Alles okay. Gut. Alles okay. Ein bisschen angekratzt, aber ist ja nicht offen. Hier ist es noch schlimmer als auf Zepho. Ich seh's mir an. Wenn bei dem Plan irgendwas schief geht, sind wir geliefert. Marie hat die nächsten Garnisonen eingetragen. Der Feind wird keine Zeit haben, Verstärkung zu schicken. Wir kriegen das hin, wenn wir schnell sind. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Hä? Der Zorn ist am anderen Ende des Grabens sein. Vielleicht sind da Ersatzteile. Ich bin ein Blumennen. Ich habe den Weg in die Pläne. Ich bin ein Blumennen. Ich habe die Pläne. Ich bin ein Blumennen. Ich werde die Pläne nicht. Ich verstehe diese Pläne nicht. Nicht nur. Ah! Helfer! Leider ein! Ich brauche einen Stimpf. Ich brauche Hilfe. Wie viel Strom kannst du leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurz schließen. Versuchen wir's. Tag. Die Technik des denke ich. Das war's für heute. Ich brauche hier etwas Hilfe. Ich brauche hier. Ich brauche hier. Ich brauche hier. Hey, BD-1. Ich brauche hier. Danke. Danke. Sehr gut. Jedi, wir drüben. Hey, vor uns liegt eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf, hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Komm, komm her. Ich brauche hier. Ich brauche hier. Ich brauche hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Pass auf! Lass mich auf! Ein Jedi. Dafür bin ich ausgebildet. Ja, blöd denn nur. Zitterst du Jedi? Verräter, du kannst mich nicht erledigen. Du zögerst dein Ende nur hinaus. Du wirst mir nicht entkommen. Dein Leben ist verweckt. Ich brauch einen. Sterb, Jedi. Dein. Ich werde es genießen, dich zu töten. Du bist schwach. Das Imperium verleiht mir Stärke. Abschaum. Nicht heute. Du wirst sterben wie der Rest. Du besiegst mich nicht. Psychiatronik. Abschaum. Du spielst dich noch Schrige. Du spielst du spielst. Halt in euch! Ihr dürft jetzt alle um! Ihr dürft nicht die... Bleibt zurück, ich schaff das! Wie spürst du das? Wie wird der Tod ruhig sein? Haube sie nicht! Sein Schicksal ist besiegelt! Du Abschaum! Ich werde dich vernichten! Du wirst mir nicht entkommen! Nicht heute! Los geht weiter! Ich hab was zu tun! Anscheinend bist du blockiert! Ich kümmere mich drum! So einen Truppler hab ich noch nie gesehen! Du musst die Wookies da rausholen! Los, Bewegung Jedi! Lüftung offen! Los! Was? Eng was, BD? Flammkäfer! Sie kommen durch die Wände! Aufgehen! Ist das Ding tot? Die Jedi! Die Jedi! Ihr wird bestätigt! Das war's! Schnell! Holt ihn euch! Ich würde auch alleine mit ihnen fertig! Ich würde auch alleine mit ihnen fertig! Ziel ist mobil! Hilfe! Stimmt! Ich muss nachladen! Ich muss nachladen! Zurück! Bleib! Einfach zurück! Zähne! Willst du dich wirklich in das Ding einklinken? Okay. Eine Abkürzung? Deshalb wolltest du es verschieben. Davon wusstest du gar nichts richtig. Du wolltest nur den Cutter einschalten. Du wolltest nur den Cutter einschalten. Du wolltest nur den Cutter einschalten. D��는 Cutter inner Dja 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 Vielen Dank.